Die junge Welt kenne ich schon seit ich klein bin, vor allem durch meine Mutter. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich die dann auch gelesen und auch angefangen zu verstehen, was da steht. Und habe dann auch angefangen, mir Gedanken darüber zu machen und mich ja auch für die Themen zu begeistern, auch für Politik immer mehr. Und ja, wenn ich so jetzt darüber nachdenke, dann ist eigentlich die junge Welt eine ziemlich wichtige Zeitung. Sie hebt sich von vielen Massenmedien hervor, weil sie nicht einfach nur kopiert und eingefügt ist, so wie bei einigen Zeitungen es rüberkommt, weil man sieht, dass viele mehr oder weniger das Gleiche schreiben. Und doch hat man das Gefühl, die Leute, die die Zeitung schreiben, sind informiert über das Thema. Sie kennen sich aus, sie wissen, was sie sagen. Die junge Welt vertritt auch eine Meinung, sie zwingt aber anderen nicht diese Meinung auf. Und ja, ist somit das, was ich unter dem Journalismus verstehe. Und ja, ich hoffe, dass das mehr und mehr junge Leute einsehen und dass die junge Welt für die Zukunft mehr junge Leser bekommt, für die die junge Welt auch genauso wichtig wird wie für mich und für andere junge Leser. Und ja, ich hoffe, dass das mehr company wird wie für die junge Leute einsehen und die junge Leute einsehen. Und ja, ich hoffe, es ist sogar sehr, 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 sehr. Vielen Dank.